Fick mich! Das waren so Männerstimmen, oder? Friedrich, ah, Friedrich der Große, ja! Preußen! Ah, Speicher! Eine kurze Übung an den 30. Geburtstag, am 18. Januar. 7.12. Friedrich der Große von Preußen. Ein kräftiges Preußen-Freistaat! Freistaat! Freistaat! So, ein bisschen Politik am Rande darf man nicht vernachlässigen. Ja, ja! Egal! 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 J protzt! Egal! 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 Ich nehm Wunder davon, und zwar so groß. So groß, so groß, wie lieb ich denn Wurst? Ich bin der Wurst, ich bin der Wurst, ich bin der Wurst, ich bin der Wurst, ich bin der Wurst. Ja, die Wurst ist, ja die Wurst ist, ja die Wurst ist mein Lebenszimmer. Daniel Schmidt. Die Sütze von vormgekommen, die war vielleicht scheiße. Ich finde, dass er Daniel Schmidt ist und jetzt Musik studiert. Ja genau, ich musste fast kutschen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber nur ich schmutz, bin ich, bin du. Ich bin der Wurst, 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 ich bin der Wurst. Ja, die Wurst ist nicht, ja die Wurst ist mein Lebenszimmer. Ja, die Wurst ist mein Lebenszimmer. Ich bin der Wurst, ich bin der Wurst, ich bin der Wurst, ich bin der Wurst. Vielen Dank. Luke, Luke, Luke! Luke, 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 Luke! Luke, Luke! Liebes... Liebesm für den Wunnen. Wenn ihr jetzt weiter wartet, kommt dann wir gleich herum, bei der letzte Wahl. Nämlich ganz spät in der Zeit. Ja! Nein! Wie gesagt, Daniel, euer Geld. Ich wollte an dir doch noch einen Open machen und auch Geld kassieren. Kannst du das nicht? Warum doch nicht so viel? Ach so, ja. Oder? Wie wäre denn das? Wie bitte? Was? Wir machen das nächste Mal mit zwei, ich kassier und du spielst. Du kassierst. Na ja, wir machen es so an der Freund zusammen. Du kassierst und ich kassierst. Wie auskassierst du das Geld? Ich sowieso die Weile. Ha! Ja, genau! Das wäre so. Ich weiß nicht, was mehr wäre. Das Problem ist, wir haben jetzt zu viel für unser Programm, für unser Gemeinsame hier. Ich sitze doch nur, weil ich einen anderen Sitzplatz habe. Ach so. Alles gut. Halbe Minute. Halbe Minute. Okay. Ich zähle und du wächst. Ja, dann machen wir bis 39, 38, 37. Es geht jetzt ganz schnell in ner halben Minute. Drum hol ich mir eine ganz billige Note. Rein bitte dich! Rein, rein, rein! Ich war gerade die Jahre alt, als war ich diese harmonische Gestalt. Zum ersten Mal nicht mehr im Fernsehen, sondern live und so angrabsen. zum ersten Mal nicht mehr mit der Schnee- und so angrabsen. Alle richtige Gäste. Ich möchte das nicht mehr in dem mehr im Fernsehen hören. Ich möchte das nicht mehr in den Vorbildern hören. Ich möchte das nicht mehr in den Vorbildern hören. Schlecht mich an! So war mein erstes Wahn! So war mein erstes Wahn! So war mein erstes Wahn! Danke! Einen Applaus! Ich denke, Sie sind mit Ihrer Meinung. Wir haben hier eine ganz richtig große Künstlerin gesehen.